Während das Skelett und die Skelettverbindungen, das heißt die Gelenke, den passiven Teil des Bewegungsapparates darstellen, bildet die quergestreifte Skelettmuskulatur den aktiven Teil. Das Aktivitätspotenzial zeigt sich schon allein durch die schiere Zahl, denn die Skelettmuskulatur des Menschen besteht aus sage und schreibe 220 definierten Einzelmuskeln. Der Herausforderung, die wichtigsten von diesen näher kennenzulernen, stellen wir uns erst beim Thema Bewegungssystem. Hier geht es zunächst einmal um die histologischen Grundlagen und die sind ja wahrlich schon anspruchsvoll genug, aber zugleich natürlich auch sehr spannend. Das muss ich ja nicht betonen. Um uns zu diesen histologischen Grundlagen vorzutasten, starten wir die Betrachtung des Aufbaus der Skelettmuskulatur beim ganzen Muskel, um erst dann weiter in die Tiefe vorzudringen. Vom Groben zum Feinen, vom Großen zum Kleinen, so wie wir es gewohnt sind zu tun. Doch wenn man sich einem Muskel als Ganzem nähert, so stößt man zunächst auf eine bindegewebige Struktur. Eine bindegewebige Struktur, die den Muskel von außen umgibt. Denn jeder quergestreifte Muskel, jeder quergestreifte Skelettmuskel besteht nicht nur aus Muskelgewebe. Vielmehr findet sich ein Gefüge von Bindegewebe und Skelettmuskelfasern. Das Bindegewebe der Skelettmuskulatur ist dabei sehr streng gegliedert. Es gliedert sich, wenn man so möchte, in unterschiedliche Bindegewebshüllen. Von außen nach innen wandernd stoßen wir zunächst ganz außen auf die Muskelfaszie, dann auf das Epimysium. Es folgen das Perimysium externum und Perimysium internum. Und schließlich landen wir beim Endomysium. Gehen wir diesen Weg noch einmal ganz langsam entlang und betrachten zugleich dabei die muskulären Anteile, die durch eben diese Bindegewebshüllen jeweils organisiert werden. Also, ein Skelettmuskel wird meist von einer Faszie, einer Faszie aus straffem Bindegewebe umgeben. Diese Faszie wiederum wird über eine Schicht aus eher lockerem Bindegewebe mit dem eigentlichen Muskelgewebe erst verknüpft. Diese äußere, lockere Bindegewebshülle, das ist das Epimysium. Das griechische Epi steht für auf oder über, also auf oder über etwas. Das heißt, es beschreibt somit Strukturen, die ganz oben oder ganz außen liegen. In diesem Falle ganz außen, nämlich den Muskel von außen umgebend. In diesem Epimysium, da verlaufen größere Blut- und Lymphgefäße wie auch Nervenfasern, also Nervenfasern, die genau diesen Muskel innervieren. Gehen wir weiter. Vom Epimysium nun strahlen bindegewebige Blätter, man spricht hier auch von bindegewebigen Septen, sie strahlen nun vom Epimysium aus in den Muskel ein. Und diese Septen nennen wir das Perimysium externum. Und dieses, wie das Präfix Peri es ja schon verkündet, umschließt jeweils dickere Bündel von Muskelfasern. Wir sprechen dann von den Sekundärbündeln. Also Peri bedeutet um etwas herum. Und das Perimysium legt sich eben um das Sekundärbündel oder eben um die Sekundärbündel. Innerhalb dieses Perimysiums, das heißt also innerhalb dieses lockeren kollagenen Bindegewebes, verlaufen wieder weitere Aufzweigungen der schon erwähnten Gefäße und Nerven. Das heißt, auf diese Weise erreichen diese Gefäße und Nerven eben das Bindegewebe als Leitschienen nutzend das Innere des Muskels. Wir haben noch nicht alle Organisationsstufen erklommen. Es geht noch ein klein wenig weiter. Denn diese Sekundärbündel, die Sekundärbündel eines Muskels, sie werden abermals durch bindegewebige Abspaltungen nun vom Perimysium externum weiter in Primärbündel untergliedert. Diese bindegewebigen Züge, die sich vom Perimysium externum abspalten und nun die Primärbündel umgeben, sie werden nun als Perimysium internum bezeichnet. Klar, nach dem Perimysium externum muss ein Perimysium internum kommen. Ein so entstandenes Primärbündel, das weist eine Querschnittsfläche von etwa einem Quadrat Millimeter auf. Und es enthält etwa 200 Muskelfasern. Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass die Anzahl der Muskelfaser, die ein Primärbündel beherbergt, leider nicht einheitlich angegeben wird. Sehr renommierte Autoren im Bereich der Histologie, wie zum Beispiel Belch und Kollegen, sprechen von 100 Muskelfasern pro Primärbündel. In einer der Bibeln der Anatomie, dem Lehrbuch von Benninghoff und Drenkahn, werden 250 Fasern angegeben. Im Lehrbuch von Lühmann-Rauch und Asan werden etwa 200 Fasern pro Primärbündel postuliert. Ich bin nicht klüger als die renommierten Histologen so, dass wir hier mit einer gewissen Spanne einfach leben müssen. Aber ich glaube, dass wir gut fahren, wenn wir von etwa 200 bis vielleicht 250 Muskelfasern pro Primärbündel ausgehen. Als Muskelfasern übrigens werden natürlich die Muskelzellen bezeichnet. Also Muskelfaser meint immer Muskelzelle. Und es ist ihrer ausgeprägten Länge bei einem relativ kleinen Durchmesser, den sie nur aufweisen, dieser Länge ist es zu verdanken, dass dieser Namenswechsel vollzogen wurde. Aus der Muskelzelle wurde die Muskelfaser. Also jede einzelne dieser Muskelfasern wird von einem recht zarten Bindegewebe umgeben. Jetzt kommen wir also ganz innen an, bei der einzelnen Muskelzelle, bei der einzelnen Muskelfaser. Und jede einzelne Muskelfaser wird von diesem Endomysium umgeben. Und in diesem Endomysium, in dem verlaufen dann die Endäste sowohl der Gefäße wie auch der Nerven, die hier dann die Kontaktstellen mit den Muskelfasern ausbilden. Diese Kontaktstellen von der Nervenfaser zur Muskelfaser, die nennen wir eine neuromuskuläre oder vereinfacht eine motorische Endplatte. Dazu später noch mehr. Also, Blutgefäße, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Denn es sind ganz 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 viele Kapillaren, Blutkapillaren, die wir hier antreffen können. Das heißt, diese Blutkapillaren hier auf Höhe der einzelnen Muskelfasern sind die Endausläufer der Blutgefäße, die im Epimysium sozusagen den Weg in den Muskel angetreten haben. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Direkt, direkt auf der Muskelfaser liegt noch eine Basalmembran. Genau genommen eine Basallamina, der sich dann die netzartigen, das heißt die retikulären Fasern des Endomysiums dann direkt anschließt. Also nochmal zwischen dem Endomysium und der Zellmembran der Muskelzelle liegt dann noch die Basallamina. Alle, die die Vorlesung zur Zelle und zum Epithelgewebe gehört haben, genießen nun sicher die Tatsache, dass sie ganz gelassen zwischen der Basallamina und der Basallmembran unterscheiden können. Die inneren Bilder scheinen hoffentlich auf und es erscheint vom Epithelgewebe ausgehend vor ihrem geistigen Auge die Lamina Rara, auch Lamina Lucida genannt. Die unter anderem was enthält? Die unter anderem enthält sehr viel Laminin. Und da drüber liegt dann die Lamina Densa. Lamina Densa, das ist die Hauptschicht der Basallamina, die sich vor allem aus Kollagen Typ 4 zusammensetzt. Sie beide, Lamina Rara bzw. Lucida und Lamina Densa, sie beide bilden die Basallamina. Und erst wenn die dritte Schicht, die Lamina Fibroreticularis, dazukommt, dann sprechen wir von der Basallmembran. Hier nun also bei den Muskelzellen finden wir die Lamina Rara und Lamina Densa, die sich dann diesen beiden anschließenden, netzartigen, retikulären Fasern gehören schon zum Endomycium. Somit haben wir hier also die Basallamina und dann das Endomycium. Endo steht für Innen und so sprechen wir von der inneren, zarten, bindegewebigen Hüllschicht, die eine jede einzelne Muskelfaser umgibt. Ich hoffe, alle konnten ein erstes, zartes, inneres Bild zu diesem, wenn man so möchte, in sich geschachtelten System aus verschiedenen bindegewebigen Umhüllungen aufbauen. Es ist für das Skelettmuskelgewebe charakteristisch und dient, wie wir sehen konnten, einmal als Leitstruktur für Nerven und Gefäße, ganz wichtig, und genauso wichtig, es gewährleistet den Zusammenhalt der Muskelfasern. Und, auch das ist natürlich wichtig, funktionell ist es bedeutsam, weil es die Verschieblichkeit der einzelnen Muskelanteile, der Muskelfasern, der Muskelbündel, aber auch des ganzen Muskels, einmal der einzelnen Anteile gegeneinander und des ganzen Muskels in der Umgebung überhaupt erst ermöglicht. Und, wow, da fällt mir noch ein Punkt ein, last but not least, über diese bindegewebigen Strukturen, wofür brauchen wir die? Was macht der Muskel? Zusammenziehen. Zusammenziehen, dabei Zugkraft aufbauen. Das heißt, bei der Kontraktion wird Zugkraft aufgebaut. Und die hier sich aufbauenden Kräfte, die müssen natürlich in die Umgebung abgegeben werden, sprich zum Beispiel an den Enden, über die Sehnen dann auf den Knochen wirken. Und genau diese Übertragung der Kräfte von den Muskelfasern dann in den Sehnenapparat und dann auf den Knochen, das geht ohne das Bindegewebe natürlich nicht. Also, noch einmal das Bild. Wir haben ein Muskel, der in ganz verschiedene Kompartimente unterteilt wird und das eben durch diese genannten Bindegewebigen Hüllen. Und am Ende müssen bei der Kontraktion die Kräfte so übertragen werden, dass natürlich der Muskel seine Hauptarbeit leisten kann, nämlich auf Knochen einzuwirken und Knochen zu bewegen. Und dafür braucht es die Sehnen. Die Sehnen, das heißt, der muskuläre Anteil geht dann über in den Bindegewebigen und die Sehnen stellen dann die Verbindung zum Knochen her. Die Sehnen, das heißt, der Muskelfasern, der Muskelfasern, der Muskelfasern, der Muskelfasern.